So, das Schwein hat uns anscheinend nichts gegeben. Blödes Vieh. Und ich glaube, ich habe auch schon die Ursache für die Abstürze gefunden. Und zwar mache ich einfach auf Fast, aber mein Computer hat doch Fancy, hat der doch früher auch mitgemacht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der das auf einmal nicht mehr macht. Naja, egal. So. Ich glaube, ich habe doch hier vorhin irgendwo Sand gesehen, da hinten oder so. Wieso leckt das jetzt gerade so? Ah, jetzt so. So. Schafe sind immer gut. Na, komm her. So. Und hier haben wir Sand. Kann man uns gleich mal ein bisschen austoben hier. Zack, 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 zack. Und es wird dunkel und wir müssen uns beeilen, damit wir keine Monster treffen. Und bei uns hier gewittert es gerade unheimlich tolle. Ich hoffe, ihr hört das nicht in der Aufnahme. Wäre ja cool, wenn es im Spiel auch mal so gewittern würde wie hier. Los bei dich. Es wird dunkel. Ah, schnell, schnell. Mach Eier, du Sack. Los. So. Und rein in die Bude. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Wie viel Sand? 14 Sand. So. Wenn die Sonne untergegangen ist, können wir uns ja schon mal hinlegen. Und, oh. Ah, bin ich müde. Kann ja auch nicht mehr. Wie schuftet heute? Gute Nacht. Schön schlafen heute. So. Hm. Ich glaube... Ich werde ihm jetzt erstmal ein Schwert craften. Das ist mir alles zu gefährlich. Das ist mir alles zu gefährlich. So, jetzt habe ich ausgesehen, weil das mir zu laut wurde, hier Aufnahme stopp gemacht. Jetzt fehlt mir das Borkenhaut. Ah, nee, hier haben wir es. Da ist es. Ja. Ich brauche Stäbe. Ich will mir eine schöne Schwertkraft nennen. Acht Stäbe reichen, glaube ich, erstmal. Ach, Quatsch. Ein Schwert macht man hier. Zack, zack. So. Gucken. Hey. Hallo? Oh, mit den Absturz ist meine Truhe wohl nicht verschwunden. Na toll. Und die Birke steht schon wieder da. Ich glaube es nicht. Eigenartiges Zeugs hier. Na gut, dann werden wir mal zu unserem schönen Platz da oben gehen. Und uns den Grundriss zimmern. So. Ich hoffe, da kommt man jetzt so ohne weiteres hoch. Was hältst du, jetzt baue ich einfach eine Treppe. Zack. Und oben sind wir auch schon. Und viele Schafe gibt es hier. Mano. Dann mache ich mir später einen schönen Teppich aus weißer Rolle. Kann dir nicht schaden. So. Wo fangen wir jetzt hier mal an zu bauen? Da hat er mir aber eine schöne Landschaft generiert hier. Und das ohne Seed. Naja. Wurde sagen, fangen wir einfach hier an. Hier ist doch ein schönes Plätzchen. Und hier. Was ist das? Keine Ahnung. So. Machen wir uns doch erstmal noch ein bisschen Holz. Das reicht, glaube ich, erstmal. Und dann geht's auch schon los. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ach. Mist. Zack, 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 zack. Hier kommt die Tür. Ach. Mist. Dann mache ich den Baum nachher weg. So. Ach, jetzt habe ich, glaube ich, hier zu weit gebaut. Egal. Dann müssen wir eben ein bisschen für das Haus sparen. Ein bisschen immer Holz hacken gehen. Hier machen wir einfach nur die Blätter ab, das reicht. Zack, zack, zack. Ach und. Ach, jetzt stören hier schon wieder die scheiße Äste. So. Vielleicht schaffen wir es ja heute noch, eine Runde rumzucken. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na toll. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Hat man also gebraucht dafür. So, dann zimmern wir uns doch hier gleich erstmal das Dach. Später wird es bestimmt noch ein Spitzdach, aber ich glaube nicht, dass mein Haus nur eine Etage hoch wird. Wäre ja Platzverschwendung. So. Haben wir noch das Holz hier übrig. Ich hoffe, das wird jetzt nicht dunkel. Das sieht nämlich gerade... Wo ist die Sonne? Da. Wird nicht dunkel. Ach nö, jetzt bin ich runter. Ich sprach. Naja, nehmen wir erstmal den Sand, um hochzukommen. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Und zack. Mensch, das dauert ja auch alles lange. So, 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 so und so. So, 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 so. Zack, zack, zack und zack. So, 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 dann machen wir das blöde Ding hier erstmal weg. Und können sogar hier schon übernachten. Na. Ne, das Schwert lassen wir drinnen. So, 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 so. So, machen wir den Sand hinab weg. Bauen wir uns eine Craftingbox. Stellen die hier an die Ecke. Craften uns ein Bett. Und dann haben wir auch schon unseren ersten Raum fertig. Mann, das ist eine hübsche Welt. Zack, zack, zack. Hab ich jetzt eigentlich die Holz aufgehoben? Ja, hab ich. So. Ich würde sagen, pflanzen wir doch gleich mal ein paar Stecklinge hier irgendwo ein. Da ist aber kaum Platz hier noch. So. Das sieht ja auch komisch aus, hier die Burger. Oh, wie ist das noch viel zu dunkel hier. Das bauen noch die Monster wie verrückt hier drin. So. Ofen. Stellen wir auch hier hin. Okay. Dann. See you irgendwann.